Liebe neue Mitarbeiterinnen, liebe neue Mitarbeiter, herzlich willkommen bei der Stadtverwaltung Bernd. Jeden Tag setzen wir uns mit all unserem Wissen und all unserem Können für unsere Stadt und ihre Bevölkerung ein. Das machen wir mit unserem Verstand, mit viel Engagement und vor allem mit viel, viel Herz. Dadurch sorgen wir für ein besseres Image für unsere Stadtverwaltung. Viele von uns sind jeden Tag im direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Für das zählen wir auf eure Freundlichkeit und uns Verständnis für die Bedürfnisse der Leute. Nur mit eurer Unterstützung kann die Stadt Bern ihre Aufgaben so richtig gut erfüllen. Und zusammen können wir das noch besser. Wir können euch hoffentlich begeistern mit den vielseitigen Tätigkeiten und fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. In dieser Broschüre oder auch im Internet, Intranet, findet ihr alle nötigen Informationen. Wir haben auf euch gewartet. Schön seid ihr auch dabei. Jetzt können wir starten. Willkommen im Team. Willkommen im Team. Außerdem Untertitelung des ZDF, 2020